Wir nehmen heute mal wieder auf. Ja. Wir wissen noch nicht welchen Song, aber da stellt sich's eigentlich raus. Okay. Und wir müssen noch aufbauen. Ja. Das Ding muss irgendwie hier verkabelt werden. Oh, super. Und? Fallen lassen. Und fallen lassen. Das Teil wird wahrscheinlich das Playback sein. Souverniere steht hier drauf. Ja? Das ist schon verstromt. Ja, ey. Immer noch nicht. Hast du das jetzt? Genau. Wir gehen quasi von hier da lang, hier rüber, da runter, da rein, da rüber, dann da lang und dann da rein. Und dann wieder zurückzugehen, da reinzugehen, hier langzulaufen, da rüber, da rein, von da hinten, hier rum, da hinten, da hinten. Danach, wenn das Ganze von da nach da nach da gegangen ist, macht das Vieh. Dann geht es hier, da lang, da rüber, da rein, hier rein, rum. Dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Ich glaube, das hat jetzt jeder verstanden. Und dann eigentlich geht das, was wir singen, geht von hier, dann hier lang und das Kabel ist dann das Gewicht. Das musst du auch noch machen. So, das muss ich machen. So. Genau. Das war's. Und jetzt kommt gleich das Spannendste im ganzen Tag. Ja, so sieht das aus, wenn wir uns merken wollen. Machen wir uns einfach reinklimt. Ah, Text. Gut, ich gehe dann mal rein. Hier kommt auch keiner A an. Unser letzter Sponsor Patex ist leider abgesprungen. Deswegen mussten wir jetzt weiter zu Tesa wandern und verkaufen heute Tesa Power Strips. Lassen sich Shira Poster wunderbar mit an die Wand posten und auch wieder abnehmen. Leave me dry. Leave me behind. Leave pins and needles. Oh, Wahnsinn. Es ist schon so gut. Ich bin begeistert. Ja, wir haben dann jetzt hier nach stundenlangem in der Gesangskabine schreien, wie ihr das mittlerweile schon von unseren tollen Videos kennt. Der Angeber war auch schon drin und hat auch tolle Sachen gemacht, wie das hier. Moment. Gleich, gleich kommt's. So, das hat ein bisschen was von Nelson, finde ich. Wir haben dann hier so tolle Sachen wie Strophen, die kennt ihr ja schon. Und wie ihr jetzt hier seht, es ist alles One Take. First Take, da ist nie geschnitten worden. Diese schwarzen Striche braucht ihr nicht weiter zu beachten. Und wenn ihr hier unten die Zahlen euch anguckt, seht ihr auch, dass das durchaus verschiedene Takes mal gegeben haben. Diese Zahl 80 hat nichts mit den 80 Aufnahmen zu tun, mit denen wir da zu tun hatten. Nein. Aber Andi hat auch... Andi ist so einer, der so nur vier braucht. Falls ihr das seht, da... Ich nicht. Ich bin immer mindestens dreistellig am Ende des Songs. Und der Song endet so. In diesem Sinne noch ein schrullisches Osterfest und bis bald. Dann hab ich auch nie geschenkt. Und dann habe ich das auchcapitum mit Ihnen, und eben noch ein bisschen was mouthkommt. Aber das ist Hija 2.